komm mal hier hoch wo hoch jonas er auf mich zu schlagen ja ich komm mal zu ich kann keine hühner mehr mitnehmen ich kann wieder dass lucas alles mitnehmen doch sowas sowas von logisch dass unten im tal schnee schon oben auf dem berg nicht ja aber richtig ich meine das ist bei mir so guck mal hier ist so ein berg das kohle ich kann keine kohle mehr mitnehmen ich habe schon 1234567 kohle okay das reicht das reicht eine weile warum gibt es eigentlich hier nicht wie bei bei cube world so einen geilen gleiter das wäre viel geiler das wäre geil ja okay wo soll wir hinunter ja ich habe die betten mitgenommen haben wir die da liegen lassen ja okay ich hab mal bis jetzt dann ist es du hast eine eisenrüstung ein halbes herz und ich lukas und jonas laufen hier ohne rüstung rum er hat einen helm ja recht ich du hast eine eisenrüstung ich nein das gelaufe geht einem echt auf den sack was sagen kann ich hier nicht hochgehen weil du jetzt wartet mal hier warte jonas warte mal weil die anderen zu lang sind lol die sind schon vorne jonas die sind schon jonas links links lukas links 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 ab dieser reihe war bei meinem zurückstehen wo bist du den runde gefallen mitnehmen kann ich nehmen was mit aber ich kann nichts mehr sieben unbedingt okay dann dann ich bin sofort da aber guckt halt dass es nicht wegsport nur dann wenn wir dort bleiben sicher wenn ihr weg gehen dann bleibt da jonas hier bist du den runde gefallen auch hier hier ach so du bist du wolltest ins wasser springen wartet mal kurz hier alter wer kostet was aus die ganzen tollen sachen eisenrüstung zu können nein ich lief jetzt gleich wenn du das liegt ja nur rum weh das ist weg also ich kill dich das ist alles noch da hole weh das ist nicht da ist ich also ist noch wo ich denn der andere teil von der rüstung heute zunge verlegten wir wollen ist deutschen dir ja ich habe gedacht ich hätte den ich mitgenommen ja eben der wochen warum nimmst du da nicht beide weil ich habe mit zwei welche versteckte truhe oh scheiße stimmt hast die lehrgeräumt scheiße ja dann dann gehe ich noch mal sterben nein junge ja wird mal auftauchen du kriegst schaden ach was ich hab gesagt auftauchen du kriegst schaden aber nein portet mich doch mal kurz bitte nein nix da laufen lauf mit jannis zusammen also ich bin die truhe die ich links in dem see drin wohin soll ich in welche richtung dschungel gell ja hey dass mein zeug warum bist du denn von meiner richtung wo wo bist du gestorben da wo du gestorben bist und wo liegt mein zeug im wasser ernsthaft what the fuck hier liegt ja alles voll alle leute ich lukas sein zeug das ich gerade aufhebt sich grad auf recht anh Simmons Meu ஆ Lily er nicht einmal 1 nicht meins kummer zu hier das ist das werden so ein scheiß mit so viel steine dabei ja weil ihr die mehr davon physik schmisse ab das ist das machen wir machen wir erstmal dekoration alina macht ich bin gleich da okay irgendwann irgendwie kam es so vor als ob wir voll lang gelaufen wären aber ja hört auf euch zu schlagen ich habe doch nicht mit dem schwert ganz ehrlich ich frage mich wo mein ganzes zeug hingeploppt ich ich habe auch was doch als er auf mich zu schlagen hast du die ganze kohle weil ich habe keine kohle ich habe alles dann muss die ganze kohle alter her damit etwa meine rissmann mann olaf hört auf euch in das eisenschwert aus der hand er nimmt das eisenschwert aus der hand am liebsten würde ich dich kicken äh der hat mich auch geschlagen ja aber mit der hand verstehst du das nicht na und nix na und ich bin ein böses mädchen ich weiß ich brauche wieder stuff hat er eine rüstung nein ich komme doch ein helm der hat ein goldblock der gibt ihm meine goldblock ich habe goldbaren dann kriegst du die goldbaren weil das einfacher zu transportieren ja ich hatte sowieso goldbaren moment seid immer noch dort wo ich denke dass ihr dort seid ja ja wo bist du denn lukas ich sehe dich auf der map ja einfach geradeaus alter das ganze zeug das hier liegt aber das gelöte er schafft wir sind so dämlich du bestellen durch die an die natürlich die halbe äh jetzt bin ich für schuld sicher dass hier runter weil du immer mit dem eisenschwert rauf hoa sicher dass nicht noch zeug hier liegt noch mehr ja und im wasser liegt auch ganz viel ich bin ja gerade alles aufnehmen und ich habe mich hier gibt es auch so mäßig wie ihr ich sehe mich jetzt zu meinen freunden hallo gibt mal schnell jemand was zum essen ich habe nichts mehr hier warte komm her wo bist du ich habe auch nichts zum essen ach so oh wait na scheiße ja jonas hast du ne map keine map dann benutzt mal f3 müssen alle wissen müssen bei minus 1 2 3 und minus Prozent 15 Warte legt noch ganz viel Zeit da unten aus der ex von den Menschen die zu geworfen aber ich hatte mich hat wie bei dir dort würden wir auch nicht los wo ganz anders wahrscheinlich oder das ist ein bogen die hat ein bogen getroppt oh mein gott oh mein gott oh mein gott was ein bogen ein bogen ein bogen der ist ja halber hey ja ist immer ja kann die die droppen äh jonas sicher da wo bist du jetzt sag mal deine koordinaten 100 er werde meine werkzeuge aufgenommen ich kann sein dass du in die falsche richtung gelaufen bist dann gibst du meine zwei äh meine eiserne Axt wieder ich habe keine eisene Axt der hab ich dann eingeschmissen wir sind bei z minus 510 ins wasser jetzt hier gib mir ja weil ich dachte die köpfen jonas jetzt gib halt kurz her wo ist die irgendwo da in dem haufe drinnen was versucht ihr was sucht ihr ich suche im janis Inventar meine Ausrüstung die liegt hier oben das hat jonas gerade eingesammelt ne brauchen wir zwei Stacks Zuckerrohr hier liegt eine kaputte Schaufel ach die repariert ja ich hab mir noch eine Axt ja ich hab mir noch eine Axt Luft ja ich hab mir noch eine Axt Luft brauchen wir zwei Stacks Zuckerrohr ja behalt's einfach mal ne eigentlich reicht ein Stack kann jemand schildern für was schildern kann jemand schildern